Ja, das junge Mädchen, das uns beschäftigt, ist sie hier, die 14-jährige Bivsi, die vor ein paar Tagen Knallauffall aus der Schule genommen und nach Nepal abgeschoben wurde. Die Familie war seit 19 Jahren in Deutschland. Bivsi ist hier geboren. Da ist zugegebenermaßen eine Menge schiefgelaufen bei dem Asylverfahren der Familie. Trotzdem bleibt die Frage, muss das sein? Muss ein 14 Jahre altes Mädchen, das hier in Deutschland zur Schule geht und gut integriert ist, auf diese Art und Weise aus der kleinen Welt gerissen werden? Wir erreichen Bivsi Rana heute in Nepal per Skype. Das 14-jährige Mädchen steht noch unter dem Eindruck ihrer plötzlichen Abschiebung. Für mich war das natürlich ein Schock. Ich konnte in dem Moment das nicht realisieren. Und musste natürlich auch weinen, denn ich konnte mich noch nicht mal von meinen Freunden und von meiner Klasse verabschieden. Ihre Klasse am Duisburger Steinbad-Gymnasium brachte den Fall in die Öffentlichkeit. Vor 19 Jahren kam der Vater nach Deutschland. Damals gab es Bürgerkrieg in Nepal. Ihre Mutter folgt wenig später. Bivsi wird in Deutschland geboren. Jetzt musste sie weg. Selbst Fachleute sind entsetzt. Wir bilden einen Menschen über Jahre lang aus und dann schicken wir ihn in ein Land, was es nicht kennt. Ich finde, das macht auch ethischen oder auch sozialökonomischen Gründen, macht das überhaupt keinen Sinn. Gut wäre gewesen, man lässt ihr ein Abitur machen, sie macht ihr ein Studium und dann lebt sie in diesem Land. So denken wohl viele. Dass es anders kam, steht in diesen Akten. Jörg Gorenfloh vertritt die Familie. Vor Jahren erfährt er, dass die Eltern aus Angst vor Verfolgung mit falschen Papieren eingereist sind. Er rät zur Selbstanzeige, zur Entschuldigung, also Hose runter. Schließlich arbeitet der Vater, die Tochter geht zum Gymnasium. Eigentlich ist alles gut, doch der Fehler von 98 wiegt schwerer. Die Aufenthaltsgenehmigung wird nicht mehr verlängert, alle Klagen dagegen verliert die Familie. Die Familien, die integriert sind, jahrelang hier leben, können hier bleiben, wenn eben kein Ausweisungsgrund da ist und auch keine gegenwärtige Täuschungshandlung vorliegt, die die Abschiebung verhindert. Und gegenwärtig war es ja nicht, weil es ja eben schon vor Jahren bekannt gegeben worden ist. Das hat das Oberverwaltungsgericht auch so gesehen, hat aber dann die Ausweisung bzw. Abschiebung darauf gestützt, dass man gesagt hat, aber aus den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, Ausweisungsgrund, Täuschungshandlung. Die Familie ist entsetzt. Juristisch kann so etwas passieren. Der Anwalt hofft nun auf die Ausländerbehörde der Stadt Duisburg, doch vergebens. Humanitär kann dann nur die Ausländerbehörde entscheiden im Ermessenswege. Und da war kein Spielraum? Spielraum meines Erachtens wäre gewesen. Nein, sagt die Stadt Duisburg heute, der Fall sei klar, es gäbe keinen Ermessungsspielraum. Also dieses Verfahren läuft seit über zehn Jahren und sämtliche Rechtsmittel hat die Familie ausgeschöpft und zum Schluss sogar noch einmal die Härtefallkommission des Landes angerufen. Diese hat im letzten Jahr negativ beschieden und dementsprechend waren diese ganzen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und genau hier widerspricht Jörg Gorefloh erneut. Die Härtefallkommission habe nämlich gar kein negatives Urteil über die Familie Rahner gefällt. Die Härtefallkommission hat sich nicht in der Lage gesehen, eine Entscheidung zu dem Fall zu treffen und hat sogar angeraten, zum Petitionsausschuss zu gehen. Das wir dann auch sofort getan haben. Und dieses Verfahren ist noch anhängig. Der Petitionsausschuss sah sich aber auf dringenden Anruf unserer Kanzlei am Tage der Abschiebung nicht in der Lage, diese zu stoppen. Verfahren läuft noch, müssen den Ausgang abwarten. Der Petitionsausschuss ist aber nur für Inländer zuständig. Die Familie ist inzwischen in Nepal. Wie das ausgeht, dürfte klar sein. Verstehen kann das keiner ihrer Mitschüler. Sie wollen aber weiter kämpfen für Bivsi und die will sich bei ihnen dafür bedanken. Wir haben ja eben schon einen kurzen Auschnitt aus dem Interview mit Bivsi gesehen. Mein Kollege Kai Toss hat aber viel länger mit ihr gesprochen. Per Skype hat er Bivsi in Nepal erreicht. Und dieses Gespräch ging nicht nur Kai an die Nieren, denn das Mädchen selbst weiß auch gar nicht, wie es weitergehen soll. Wie ist die Abschiebung abgelaufen vor drei Tagen? Erzähl das doch mal bitte. Wie hast du das erlebt? Also für mich selbst war es natürlich sehr schlimm. Ich wurde einfach mittendrin vom Unterricht mitgenommen ins Larrerzimmer. Dann wurde mir das berichtet, dass ich genau an diesem Tag direkt auch nach Nepal abgeschoben werde mit meinen Eltern. Für mich war das natürlich ein Schock. Ich konnte in dem Moment das nicht realisieren und musste natürlich auch weinen, denn ich konnte mich noch nicht mal von meinen Freunden und von meiner Klasse verabschieden. Ja. Und dann wurde ich auch nach Hause gebracht zu meinen Eltern. Die mussten alle packen. Wir hatten noch nicht mal sehr viel Zeit. Und dann wurden wir auch direkt schon zum Flughafen gebracht mit meinem Wagen. Und ich habe mich so angefühlt, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Meine Eltern dachten mir voll leid, die waren fix und fertig. Und wir konnten mit niemandem telefonieren. Bipsi, was konntet ihr mitnehmen? Also wir konnten nur so ein paar Sachen mitnehmen. Also jeder hatte irgendwie so einen Koffer. Aber ich habe jetzt auch nicht alles mitgenommen, was ich jetzt im Moment wirklich brauche. Nur Klamotten, sonst Bilder. Mehr weiß ich nicht. In dem Moment konnte ich einfach nicht klar denken, als ich packen musste. Magst du uns mal erzählen, warum deine Eltern damals nach Deutschland gekommen sind, bevor du noch geboren wurdest? Was war der Grund damals? Also damals gab es hier in Nepal politische Probleme. Und damals gab es auch viele Bürgerkriege hier in Nepal. Und das Leben hier war auch sehr schwer. Und deswegen wollte mein Vater auch nach Deutschland reisen. Und dort erstmal eine Arbeit finden und dann halt auch unsere Familie hier in Nepal helfen. Du hast mitbekommen, dass sich deine Freunde in der Schule für dich einsetzen. Wie bekommst du das mit? Ja, also ich bekomme das per WhatsApp mit. Hier im Moment habe ich Internet, also WLAN. Und dann kriege ich schon ein und das andere mit von meiner Klasse. Und ich bin einfach stolz, dass ich so eine Klasse habe. Wo lebt ihr denn jetzt in Nepal? In welcher Stadt seid ihr? Im Moment sind wir in der Hauptstadt Kathmandu. Ihr seid bei Verwandten dort? Ja, genau. Von meiner Mama. Weißt du schon, ob du bald zur Schule gehen kannst in Nepal? Nein, im Moment noch nicht. Wir versuchen es gerade noch. Und ja. Aber ich bezweifle es, dass ich es hier schaffe. Denn Deutschland ist ja meine Heimat, eher gesagt mein Heimatland. Und ich kann ja fließend Deutsch reden. Nur, also Nepal, ich bin ja eigentlich Nepalese. Ich verstehe die Sprache auch, aber ich kann nicht so gut Nepalese sprechen und mit den anderen halt kommunizieren. Und deswegen wird das halt auch ein bisschen schwer mit der Schule hier in Nepal. Okay, das war jetzt ein anstrengendes Gespräch, das so zu erzählen. Wir wünschen, wir wünschen dir erst einmal für die nächste Zeit alles Gute und auch deiner Familie natürlich. Vielen Dank. Tschüss Bivsi. Tschüss. Da leidet man mit. Das Thema wird uns natürlich auch noch weiter beschäftigen. Das ganze Interview können Sie sich auch auf unserer Facebook-Seite ansehen. Und Sie können sich auch auf unserer Facebook-Seite ansehen.